Also ein Wiedersehen mit diesen dreien auf jeden Fall und sechs Neuvorstellungen dann am 19. Dezember. Und da ist sie, ihre Nummer eins. Lass dann, lass dann, dann kauf ich mir ein Ei, weil man ja fit sein will. Lass dann, lass dann, dann setz ich mich ans Telefon und warte schon. Lass dann, lass dann, dann kauf ich mir ein Ei, weil man ja fit sein will. Und da ist sie, ihre Nummer eins. So ist alles bei dir, sie besser. Und da ist sie, ihre Nummer eins. Lass dann, lass dann, dann kauf ich mir ein Ei, weil man ja fit sein will. Und da ist sie, ihre Nummer eins. Lass dann, lass dann, lass dann, dann kauf ich mir ein Ei, weil man ja fit sein will. Lass dann, lass dann, dann kauf ich mir ein Ei, weil man ja fit sein will. Und ich bleib am Millionen kleben, es hat sich ausgepringen beschrieben. Herz wird so drauf. Herz wird so drauf. Herz wird so drauf. Herz wird so drauf. Herz ist Trumpf, Dankeschön, Dankeschön einer Mixtur aus Spider Murphy und Trio, ich bedanke mich, mein lieber Peter. Dankeschön, meine Damen, meine Herren, liebe Kinder, das war zum 171. Mal aus Berlin Ihre Hitparade in Zusammenarbeit mit Mediakontroll. Die Kamera, Jens Jüttner, Wolf-Dieter Bergmann, Michael Dornicker, Wolfgang Fritzberg, guten Appetit. Karl-Heinz Nitschke, Bild, Schnitt, Peter Cichos, Tension Alive, Ralf Grobecker, Bildtechnik, Hans-Heldenak-Schirrmark, Ton, Dieter Mikleis, Szenenbildio, Aram Tschetschenka-Produktion, Klaus Friedemuth. Und vom Redakteur, meine Damen und Herren, mit dem ich 15 Jahre die Sendung gemacht habe, möchte ich mich heute verabschieden. Er wird in Mainz einen Abteilungsleiterposten übernehmen, heute zum letzten Mal mit meinem Freund Dieter Weber, dem wir alle ganz herzlich danken für seine zuverlässige Arbeit in 15 Jahren. Danke, Dieter. Also sage ich zum letzten Mal, Redaktion hatte Dieter Weber und die Regie hatte Pitweirich und es war natürlich eine Sendung Ihres ZDF. Guten Abend und auf Wiederschauen.